Give me that, BroFive! Hier ist wieder Cruentus und ich sage Welcome back to DEAD SPACE! Ich habe eben... Ich habe eben das Intro schon einmal gemacht und da habe ich Overlord zur Begrüßung gesagt statt DEAD SPACE. Und damit herzlich willkommen zurück zu... Cruentus ist komplett im Arsch. Ich bin wirklich so... Ich bin voll im Überlebensmodus drin, also mein ganzer Körper schreit danach hier zu kämpfen und wegzulaufen und überhaupt nicht nach reden oder so. Was? Achso, haben wir gleich wieder eine Fahrstuhlfahrt zu Beginn der Folge. Wie nett. Puh. Ja, ich weiß, für die... Der verfolgt uns hier irgendwie, ne? Den haben wir doch vorhin schon mal gesehen. Dieses Spiel ist so gut darin, einen zum Wahnsinn zu treiben. Wir haben noch einen. Wir haben noch einen. Pass mal. Irgendwie war das doch kein kompletter Satz. Was? Aufregende Musik? Außerdem klatscht es die ganze Zeit. Ach, hier ist dieses Ding kaputt. War das der Tentakel, den wir vorhin kaputt gemacht haben? Das könnte sein. Aber hier gibt's nichts, ne? Na gut. Also wir hätten den nie erreicht, in der letzten Folge. Hier auf der anderen Seite. Dazu ist der Boden einfach zu klebrig. So, und wir haben wieder einen Energieknoten zu vergeben. Das mache ich jetzt mal fix. Mindestens einen. Wir haben sogar zwei zu vergeben. Und ja, hier geben wir noch was auf die Kapazität. Und den würde ich ja eigentlich gerne mal machen, ne? Ich weiß aber gar nicht, ob das noch lohnt. Ich gebe mal lieber noch was aufs Rig. Ist besser. Gut. Also damit wir nachher wieder ein bisschen mehr Lebensenergie kriegen. So. Warum? Ich gehe jetzt mal streng nach Vorschrift. 20 Schuss, das lasse ich mir sehr gut gefallen. Und wir gehen noch mal ganz kurz an den Shop. Weil das ist jetzt notwendig, weil wir wieder so lange keinen Shop hatten und so lange nichts eingesammelt haben. Soll jetzt keine Entschuldigung sein. Das ist einfach bloß, das ist ja notwendig. Wir müssen ja hier... Plasma-Energie. Wir haben viel zu wenig Impulsprojektile und ein bisschen mehr für die Plasma-Waffe könnten wir auch noch... Also für den Plasma-Cutter könnten wir auch noch gebrauchen. So. Haben wir noch hier Impulsprojektile irgendwo? Das ist so viel Zeug, was ich eigentlich alles verkaufen könnte. Weißt du was? Ich werde jetzt mal ein bisschen was hier von der... Von dem Zeug los. Und dafür kaufen wir noch einen Energie-Knoten. Ups. Ne, davon kaufen wir jetzt erstmal Impulsprojektile. Und... Ein bisschen was für die... Für den Plasma-Cutter kaufen wir auch noch. Und wir kaufen auch noch Energie-Knoten. Wir haben so viel Geld... Also wir haben so viel Geld auch noch in Wertsachen sozusagen. Also in Starz-Apacks und in Munition, die wir nicht benutzen. Das können wir uns jetzt echt leisten. Einen kaufe ich noch. Gut. Alles klar. Wo müssen wir hin? Ah, wo ist... Ah, gut. Ich könnte ja eigentlich gleich mal... Zählen nix. Ich bin echt glücklich, dass der Plasma-Cutter mittlerweile so viel Schaden macht. Süßer, da kriegen wir schon das nächste Starz-Apack. Jetzt bin ich mal gespannt, was dieser Typ zu sagen hat. Ja, normalerweise hätten wir Anzug Level 5 jetzt erst bekommen. Wenn wir wirklich streng nach Vorschrift gegangen wären. Den hatten wir hier gefunden. Wo sind wir denn hier? Ich will das hier. Danke. Sonst haben wir nämlich wieder das Problem mit dem Text-Lock, dass ich den Skips so komisch setzen muss. Gut. Z-Ball-Regeln. Z-Ball-Regeln. Stellen Sie sich auf die beleuchtete Plattform und aktivieren Sie sie, um das Spiel zu starten. Springen Sie auf so viele Wertungsplattformen wie möglich, um Ihren Punktefaktor zu erhöhen. Verwenden Sie dann Ihr Chinesen-Modul, um den Ball zu fassen und ihn in den aktiven Korb zu werfen, bevor der Wurf-Timer abgelaufen ist. Nach jedem Level öffnet sich ein Spind mit einer Belohnung. Ja, also wie es aussieht, überziehen wir heute wieder ein bisschen, weil wir hier wieder so ein kleines Minigame haben. Oh. Dankeschön. Ich habe das Gefühl, dass wir das hier auch machen müssen, oder? Ja. Ach nee, das gehört zum Spiel. Ich habe das Gefühl, dass wir das hier auch machen müssen, dass wir das hier auch machen müssen. Man muss hier in Bewegung bleiben, okay. Ach, Scheiße. Wo ist denn jetzt? Ja, das war ein bisschen anders als gedacht. Ups. So. Wie aktiviere ich das Spiel? Ich würde es gerne spielen. Achso. Ja, komm, wir spielen mal ein bisschen. Spiel wird gestartet. Level 1. Achso. Was ist denn das aktive Portal hier? Achso, wir müssen alles. Habe ich das Spiel irgendwie falsch verstanden? Hm. Ist hier noch irgendwo eine Platte aktiv? Nee. Ich war nie gut in Ballspielen. Ich war nie gut in Ballspielen. So langsam kriege ich den Bogen raus. Ah ja. Und das ist die letzte. Wo ist jetzt der Ball? Also irgendwas mache ich hier nicht richtig. Game over. Ja. Was dachte ich mir? Weißt du was? Scheiß auf Curveball. Oder wie das hier auch immer heißt. Das ist es jetzt nicht wert. Dazu bin ich auch zu schlecht in dem Spiel. Also, ganz ehrlich, wenn ich jetzt kein Let's Play machen würde, dann hätte ich das Spiel bis zum Erbrechen gespielt, so. Bis ich es gewonnen hätte. Aber. Wir wollen ja ein bisschen vorankommen. Show. Ich weiß nicht, ob ich heute vier Folgen aufnehmen soll. Oder nur drei. Hm. Achso. Aha. Na ja, ein bisschen Zeit haben wir ja jetzt noch. Wir haben ja jetzt gar nicht so viel Zeit da drin verbracht. Also ich mag ja die schwerelosen Bereiche eigentlich überhaupt nicht, weil ich da immer... Verabschiedet ist, ist keine Tragödie. Es ist Gottes Fertig. Und einiges fantastischer. Wir haben auf dem Planeten unter uns ein Blumen erfunden, das sich Gottes Blumen erfaltet und dass wir seine Erben sind. Wir werden aufbeugnen. Alles woran wir glauben wird wahr. Unitology ist die Wahrheit. Und hier Tod ist nur die erste Phase. von dem physischen Ablauf dieser Transformation ausstecken. Bald wird sie alle physischen Belange abgeschüttelt haben. Sie müssen in Jahren. Das ist es, wonach wir all die Jahre gesucht haben. Das ist es, worauf wir gewartet haben. Hören Sie nicht auf Sie. Kommen Sie zurück. Kommen Sie zurück. In dieser wichtigen Stunde von der Kirche abwenden. Hören Sie nicht auf zu glauben. Was in der Kolonie passiert ist, ist keine Tragödie. Es ist Gottes Schwerheit. Es ist um einiges fantastischer. Wir haben auf dem Planeten unter uns einen Marker gefunden. Na gut, das wiederholt er jetzt. Und dass wir seine Erden sind. Wir werden verstehen. Alles woran wir glauben wird wahr. Der scheint so eine Art Priester zu sein. Und ihr Tod ist nur die erste. Auf jeden Fall mal hier reingucken. Weil wir einfach überall reingucken. Ja doch. Das ist gut. Also es war gut hier rein zu gehen, weil es einfach wirklich sehr sehr viel Plasmaenergie ist. Und die können wir tatsächlich gebrauchen. Ich möchte das nicht nochmal erleben, dass uns hier die Munition ausgeht. Ich gucke erstmal hier dahinter. Denn manchmal verbirgt sich ja was dahinter. Okay. Ist hier erledigt. Wir müssen wieder ein bisschen puzzeln. Ah, ein Halbleiter Rubinen. Das gefällt mir auch. Also so schwer war das jetzt nicht. Aber es ist ja auch kein Rätselgame. Und ich spiele ja auch Overlord nebenbei. Und das ist einfach so dermaßen Rätselgame. Da musst du teilweise so um die Ecke denken. Da ist das hier Kindergeburtstag dagegen. Voll lustig. Nein, 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 nein. Ich wollte noch mit dir reden. Aber die hätte eh nicht mit uns geredet. Yay, eine Nerfkarte. Aufgabe erfüllt. Ich mach mal hier zu. Hätte ich vielleicht nicht machen wollen. Komm ich hier eigentlich... Oh. Jetzt hat er den schon wieder rausgelassen. Ich schieße immer daneben. Wir müssen wirklich da durch. Und ich hab's zugemacht. Ich Idiot. Ich schieße immer daneben. Das macht man nicht. Also es hätte nichts gebracht, ihn einzusperren. Weil er halt immer irgendwo anders durchkommt. Leck mich doch. Fuck. Äh, nein. Nein, 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 nein. Ich will hier nicht eingesperrt werden mit dem Idioten. Buh. Komm hier raus. Ja. Nein, doch nicht gehen. Ah, beweg dich doch mal. Immer diese Trägheit hier. Ach, das geht's nicht. Jetzt liegt er auch noch im Weg hier. Das ist doch so nicht vorgesehen. Ich... Der muss hier weg. Wie sollen wir denn den jetzt besiegen? Jetzt wo, ähm... Jetzt wo, ähm... wir kein... keine Kältestationen mehr haben. Also klar. Noch ein bisschen was einsammeln. Warum auch nicht. Lass mich hier raus! Ah! Ah! Ich glaube, das war unser letztes Mad-Pack. Da oben hängt einer an der Decke. Achso! So, dann bewegt er sich nicht ganz so schnell. Ah! Bumm! Freistoß für Cruentus. Ah, wenigstens großes Medi-Pack wieder. Wir wollen ja nichts verkommen lassen. Hast du aufgeschlossen? Ich will da raus. Äh, das wollte ich jetzt gar nicht machen. Ausgezeichnete Arbeit, Mr. Clark. Wirklich ausgezeichnet. Und jetzt kommen wir zu dir in den Bereich. Die Tür ist offen. Bald nicht. Also, du solltest Dr. Carl nicht Vorsicht genießen. Ein Grund von der Mann, die bisher herausgefunden haben, stammt aus seinen Aufzeichnungen. Der Mann ist total irre. Aber trotz seiner Labilität könnte er gewalttätig werden. Mann, Mann, Mann. Taucht er jetzt nochmal auf? Ich lade lieber mal wieder auf. War jetzt zwar ein großes Madpack, aber... Man weiß ja nie, wenn der plötzlich wieder aus der Decke geschissen kommt. Da hast du keine Freude. Und unsere Folge ist eigentlich schon wieder am Ende. Aber wie das eben so ist. Ich mach's mal ein bisschen spannender, hab ich mir gedacht. Das ist doch nicht dein Ernst. Jetzt könnte ich die Nachladefunktion ganz gut gebrauchen. Also, das erschnitten. Wir haben nix mehr mit dem Plasma Cutter. Oder? Puh, alter Schwede. Ich hatte mich jetzt noch ein bisschen drauf verlassen, dass wir ganz viel für den Plasma Cutter haben. Weil wir vorhin in diesem einen Raum so viel eingesammelt haben. Aber... Hast du ja gesehen. Warte mal, wir haben hier doch viel mehr platt gemacht. Kriegen wir für die nix? Ich geh jetzt hier in den Shop. Und kaufe Plasma Energie. So, jetzt haben wir 30. Ich hau jetzt einfach mal durch hier. So. 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 Die Medi-Packs gefallen mir so ganz gut. So. So. Soll uns so reichen. Mein Herz, ey. Das geht gar nicht klar. Wir müssen nach oben, ne? Ja. Ich glaube, hier oben war eine Speicherstation. Dann kann ich jetzt mal ein bisschen runterkommen. Ja, hier war eine. Ich geh erst noch an die Werkbank und setz die beiden Knoten ein, die wir noch haben. Oder sogar drei. Das geht ganz fix. Mach ich das voll? Ich weiß es nicht. Ne, weißt du, was ich mache? Ne, das war ja schon voll. Das war ja schon komplett ausgerüstet. Und der auch. Hm. Dann gebe ich noch was aufs Rig. Genau. So machen wir das. Wir haben schon wieder ein bisschen überzogen. Ich weiß es nicht. Mach ich jetzt noch eine vierte Folge? Ich weiß es nicht. Na, entscheide ich jetzt gleich. Ich beende jetzt erstmal diese Folge und sage vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann gib dem Like-Button, was er verdient. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Bleib so cool, wie du bist. Ich bleib auch so cool, wie ich bin. Und sage bis dahin. Tschau. Tschau. Hier ist wieder kein Dosen, das ist aber gut. Tschüss. Ah, so ein cool schon wieder. Ja. Oh, 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 oh. Dann lassen wir das jetzt. Boah. Der Holzer. Der Holzer. Der Holzer. Der Holzer. Der Holzer. Der Holzer. Ich mach noch eine vierte Folge. Was soll's. Ich bin jetzt gerade so gut drin und treffe alles und das wird ja im nächsten Mal nicht besser, also wenn ich jetzt wieder eine Pause dazwischen mache. Also jetzt kommt die nächste Folge. Also morgen. Aber ja. Vielen Dank.